Wollen wir dann in die Nachtschicht gehen? Ach so, ist ja ein Video. Scheiße. Ja, soll ich nur was sein. Hast du nur die Hose jetzt? Was habt ihr denn immer? Nur mal die Hose. Hast du doch jetzt nur die Wurst? Schüsse. Hast du nur Wasser? Ich muss hier denn... Hast du nur eine Soße? Isst mal ein ganz normal, Sigi. Isst mal ganz normal nur. So, hier sind wir auch normal. Bitte? Ich bin so offen, wir trinken zum großen Wurst. Weißt du was? Du schauen Studenten halt heutzutage aus. Ja genau, das ist jetzt der Studenten, genau. Mit Hemd und so immer schön. Ja, ja. Tommi. Geil. Du gehst dann rein, wir da dran fahren. Ja, wie immer. Ja, ja. Das Auto auf dem Dorf drehen, gell? Na ja doch, Todes, wo war denn das? Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Da haben sie doch Kinderwagen rumgeschoben, gell? Siehste mal. Wie rumgeschoben, gell? Ja, ja. Das ist auch auf den Dach gelegt wie Kinderwagen. Ich mach schon mal. Ich hab schon nicht mal. Vielen Dank.